Na je geile Eierhälse, da sind wir auch mal wieder bei einer Weihkul-Luschtrin-Runde. Mit bei Daylight, mit Schneckball, Emo, Party und Mushroom. Hallo, heute bin ich mal der Killer. Ich kille alle ab. Das heißt, wir haben ein leichtes Spiel heute. Mal so, mal so, mal bin ich schlecht wie im Livestream, mal bin ich eigentlich gar nicht so schlecht wie das letzte Mal. Oh, was denn jetzt? Da hat jemand Drogen weggeschmissen und Alkohol. Echt mal. Da kann man nicht das gute Zeug wegwerfen, Mensch. Ein Korn im Feldbild, sag ich mal. Zum Glück hat man letztes Mal schon das Maisfeld, ey. Ja, so viel Glück haben wir bestimmt nicht nochmal, oder? War egal, das nur einmal. Wer weiß. Das war jetzt für die Opferung irgendwie, dass man das da... Mal gucken. Ich hab leider nur noch eine. Ich will nix, ich will ein paar Wetten abschließen, Leute. Ich sag, Mushroom stippt als erstes. Oh, komm, sei es mal. Ich sag, ihr überlebt alle und ihr entkommt. Und ich krieg null Punkte. Hier im Livestream, ich habe niemanden gesehen und bin wirklich die ganze Zeit nur rumgehört. Aber als du dein letztes Mal Killer warst, warst du auch gar nicht so schlecht. Beim letzten Mal war ich ganz gut, ja. Jetzt hab ich auch die Hinweise bekommen, dass es keine roten Linien auf dem Boden sind, sondern es sieht aus wie so glühende Schrammen in der Wand, dass man daran erkennt, wo die Menschen waren. Das ist natürlich praktisch. Hallo, hallo ihr Lieben. Ich würde sagen, wir teilen uns auf, oder? Alles klar. Alles klar. Okay, hier, das ist selbst der Erste. Mhm. Aber ich hoffe, ihr rettet mich. Never. Trotzdem. Ja. Habt ihr gehört, was die gesagt hat? Oh. War nur Spaß. So. Welchen Killer hast du eigentlich genommen, Luna, wenn ich frage? Er ist der Fallensteller. Hallo, Emo. Hahaha. Alter. Also den Ersten quasi. Hey! Du Sau. Leute, hier steht ne Zeit, macht schnell. Bei mich. Du bist alles auf hier. Ja. Du Penner, bleib hier. Hahaha. Das hat sich bei mir alles zusammengezogen. Also viele Glück-Time-Events kommen. Was gehen denn hier? Ach da, ach. Ich dachte, das wäre jetzt schon was anderes. Du, tudi, tudi, tu, tudi. Du, tudi, 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 t petitored. Nööööööööööööööööööööör! Jaaa! Kann man nicht isolieren? Easy sagst du? Warte mal. Kann man nicht was? Ich hoffe ihr macht was schönes...grade? Ähm. Ausser Schriftessen? Jaaaa! Mir gehts gut...noch. Das ist gut. Ich habe ihn abgeschüttelt. Okay, habt ihr den Einzelnen an. Oh Gott, da bin ich erschrocken. Mensch, könnt ihr das ding aktivieren. Hahaha-hahaha! Rrrrrrrrr! Entschuldigung! Steckt voll! Und da waren es nur vier Verdammt. Scheiße Mann, der ist schon wieder in meiner Nähe Scheiße. Ja, sag jetzt ihm auch noch Mach schon, du bist mal ganz ruhig, ja? Ach so, du hast doch gecheatet Dim 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 Ahhhh Du ist ein scheiße Generator Wer auch immer mich grad wieder erschreckt Ich, sorry Meine Güte ey, ihr kriegt ja auch grad alles hin, ne? Und Nummer 2 ist repariert Ich hab Angst, Mann Ich auch Nein! Fuck it Dahinten war der, dahinten war der Weil ich wieder in der Gegend rumgucken muss Muss es jetzt sein? Was denn? Was denn? Was denn, Leute? Wer ist denn der Typ mit dem Schnauzer? Ich Was? Nein! Nein! Luna ist hochkonzentriert Ey! Nein, lass mich Lassen! Hahahaha Ihr steht doch hier alle, ey! Scheiße, Fehler! Ihr seid so Idioten, Mann! Oh, ihr seid so dumm! Ich legt den Gegner auch zu mir, Mann! Ich hätte euch nicht gesehen, ehrlich gesagt! Muss ich wirklich sagen! Ich hätte euch nicht gesehen! So richtig dumm! Sorry! Und einer blockiert mich auch noch wie so ein Trottel! Nein! Nein! Du hast mich auch blockiert! Du hast mich auch blockiert! Ja, selbe schuld! Danke nicht Teamarbeit! Läuft bei euch, würde ich sagen! Er legt eine Falle genau vor mir! Achso, ein Assi, weißt du! Wo ist die hin? Ne, die Falle ist weggepackt! Er versucht es nochmal! Ich hab keinen Bock, wenn du sagst dir alles! Die ist weggepackt! Er steht beim Generator! Ich seh' ihn! Ich seh' ihn! Ich seh' ihn! Ich seh' ihn! Er kommt! Es ist mir egal! Ich rette dich, du Arsch! Auf! Fuck, Mann! 1-2! Schreib' ihn nicht nochmal so voll, du Assi! Willst du mich verarschen? Ja, das hat er extra gemacht! Nee, ich wusste dir nicht folgen! Irgendwie hat er mich dann abgeschüttelt und dann bin ich einfach der anderen Person gefolgt, die schneller da war! Ich wusste nicht, dass du es direkt bist! Ich entkomm! Ich entkomm! Nein! Ich bin tot! Mensch! Pala hat's ja recht! Aber er lebt noch! Uuuuuh! Nicht mehr! Verkack es nicht! Verkack es nicht! Ja, ich muss kämpfen, Mann! Achso! Er legt eine Falle! Oh! Ein Assi, Alter! Und ihr bleibt liegen! Diesmal ja! Er ist hinter mir! Er läuft links am Schulhof vorbei! Und jetzt läuft ein Kreis Richtung zu mir! Nein! Doch! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Scheiße, Mann! Er kommt! Oh! Ich bin in der Falle! Nein! Ich hab dich da r... Oh! Oh! Wie sie aber auch alle da hängen, ey! Nicht mal schub! Ah! Nein! Komm! Mit! Stimme! Nein! Stimme! 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 Ich hab mein Leben riskiert für dich! Wo bist du jetzt? Gerne doch! Dafür bin ich da! Ich werde dir aber nicht helfen! Es tut mir leid! Du Arsch! Danke! Jojo! Das ist schön! Ich bin dir die Nanny für alles! Ich bin schon da! Hey! Mach die Generatoren weiter! Los! Renn! Renn! Nein! 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 Renn! 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 Ich bin so blöd! Halt! Ich hätte mich heilen können! Ich hätte mich heilen können! Ach! Immer am selben Haken hier! Langsam wird der aber auch langweilig! Ich brauch mal 9! Du kannst mich ja gerne woanders hinlegen! Weil diesmal halten sie alle ein bisschen länger durch, wa? Beim zweiten Versuch ist man nicht Instant Death! Wurde es gepatcht? Ja, aber auch nur... Nein! Nein! Was? Nein! Das kommt drauf an wie lange man beim ersten... Oh fuck! Wie lange man beim ersten am Haken gehangen wird sozusagen! Nice! Ja, die Dinger kamen sofort diesmal! Oh Gott, was ist das denn? Ich hab's versucht! Ich hab's versucht! Ja! Die erste wieder! Naja, wir haben alle damit gerechnet, dass es Mudroom eigentlich ist! Das stimmt! Oh, Vater, du hast verloren! Gut ausgehalten! Ja! Und gut ausgerastet ist er auch noch! Ja! Herrlich, ey! Dezent! Da ist jemand mit Leidenschaft dabei! Ich wollte nicht sterben! Das war doch so knapp! Ich höre da was! Oh, Pader! Was denn? Du, du, du! Na komm! Oh, Baby! Bitte! Danke! Komm, noch zwei! Oh! Die Jungs! Nein! Mach schon rum! Lauf! Sorry, Devil! Nein! Leust du ihm in die Arme! Wir müssen da hin! Wir müssen da hin! Ihr müsst es schaffen! Los! Wo ist sie denn? Einfach weitermachen! Oh! Wickel! Nein! Der soll doch schon haken! Mach schon wickel, du blöde! Wickel dir die Scheiße aufzubleiben! Er ist noch nicht tot! Er ist noch nicht tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ist da! Spinnus, Wahnsinnus hat mich gefressen, Mann! Diese komische, abgefahrene... Sache! Geopfert! Finde ich aber nicht geil! Ich möchte lieber zuschauen! Ja! Der noch! Sehr gut! Sehr gut, Leute! Los! Ja, ja, ja! Na, wo ist er? Alter, warte hoch! Alter! Was?! Ah, okay! Alter! Ich hab sie gefunden! Ja! Geil! Wie, was? Was? Die Luke? Ja, zu hoch! Ich sag jetzt nicht, wo die ist und so weiter, das auch! Ich weiß, was sie ist! Verdammt! Ich hab sie gerade gefunden! Hinterm Haus! Verdammt, er ist schlau! Er ist verdammt schlau! Ja, auch nicht! Verdammt! Verdammt! Er ist verdammt schlau! Verdammt, ein Mörder, der denken kann, das hab ich nicht erwartet! Ich seh aber auch gerade niemanden mehr! Das ist schade! Wo sind die Generatoren denn jetzt? Kommt, nur noch einer. Sehr gut. Darf ich nur nichts verkacken? Eiß dich zusammen, konzentrier dich. Da kommt Mr. Dangerous. Ist er bei dir? Pst. Ruhig bleiben. D-d-d-d-dangerous, powder. Dangerous, dangerous. An agape minute. Wie langsam das auch geht. Nein! Alles noch unter Kontrolle. Noch ist er nicht hier. Kein Scheiß jetzt, der will. Das ist selbst beim Zuschauen so abartig spannend, ey. Boah, Alter, bitte hör auf. Alles klar, das macht er. Gar nichts, gar nichts. Geh einfach weiter. Geh einfach weg. Boah, ich bin real. Ich brauch so ein geschwitzen Schafel. Biss auf. Lass er einfach wieder machen. Keiner kann mehr reden. Pst. Wo sind denn alle? Ich spür euren Herzschlag schon mit. Ich bin selber aufgeregt, Mann. Geil, Kai, erst mal Passfotos gemacht. Was, Passfotos? Was? Ja. Das war doch Passfoto-Automat, wo ich gerade drinnen war. Mann, Kai hat den Gag verstanden. Fickt euch. Dazu sind wir gerade nicht in der Lage. Wir sind nicht. Wer eine, hast du es bei mir gefunden? Boah! Er hat es schon gehabt. Ich glaube, ich bin schuld. Nein, 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 nein. Keiner ist schuld. Noch ist nichts verloren. Noch ist dieser Drop nicht gelutscht. Komm schon, komm schon. Du bist so ein Haken. Ist das dein Ernst? Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Das gibt ja Zeit. Vorsicht, der kommt. Geh weg da. Weißt du, wo die Luke ist? Ah, ne, er weiß sie ja auch. Verdammt. Ich weiß, wo die Luke ist. Vater weiß, wo sie ist, ja. Gut. Ich weiß gerade, ehrlich gesagt, nicht mehr genau, wo sie ist. Dein Vorteil, rennen. Bin unterwegs. Sein Name, die Siebe, dich retten. Bin unterwegs. Oder vielleicht bin ich auch unterwegs, um mich zu retten. Wer weiß das schon. Jawohl. Ja, geil. Oh, sorry. What? Fuck. Alter. Ich bin ins Haus gehackt. Alter, finde. Wie ich gerade das Ding von der falschen Seite aus zugemacht habe. Das ist richtig schön blöd, ja. Jetzt Maul. Schnell, ich will zugucken. Okay, der wird es tun. Nein. Mein Gott. Hallo. Du bist so ein Haken, Kind. Komm schon. Ja, los, los. Ja. Ja, nein. Spannende Runde. Spannende Runde für euch auf jeden Fall. Ich hätte gerne zugeguckt, muss ich sie gestehen, aber ich kann mir die Parts nochmal angucken. Ach, herrlich. Ihr habt mich schon ganz kirche gemacht mit eurer Spannung, Mann. Ich würde mir selbst schon nichts mehr sagen. Das war aber auch heftig. Unsere Spannung? Ja, ja. Ihr habt es echt spannend gemacht mit eurem Getruschel und Gemurmen. Pada hat es spannend gemacht mit dem Blockieren. Ja, sorry. Ich wusste nicht, dass du das warst, Mann. Der kam einfach jedes Mal um die Ecke gehuscht. Echt, Mann? Ja. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.